Sidequests und Gegenstände und so haben wir ja nix mehr. Ob die Patrouille jetzt gleich da langlaufen wird und sich denken wird, äh, wo ist der Außenposten hin? Und da ist Hanvan, okay. Bärensträucher, Linie, das ist gut. Hier ist der das Monument, das ist auch gut. Also das Monument werde ich definitiv noch nicht aktivieren. Dafür streuen wir hier zu sehr die Patrouillen rum. Ich muss die Patrouillen als erstes loswerden. Ich hole mir aber den Seelenfels. Diese Kreaturen. Es muss etwas geben, was sie verletzen kann. Kerspore aktualisiert. Nutzt die Schwächen der Gegner. Besiegt die Kreaturen, indem ihr sie mit den geeigneten Einheiten angreift. Also im Allgemeinen wollen sie jetzt gerade damit darauf hinaus, dass man die Frostwölfe hier mit Feuereinheiten, also mit Brand und von den Orks angreifen sollte, während man die Flammeneinheiten, die wahrscheinlich auf der anderen Seite rumwuseln, mit Eiseinheiten vor den Elfen, also Windschütze in den Eismagierinnen angreifen sollte. Nochmal speichern, weil genau, ich habe das Gefühl, hier oben ist was. Ja, hier ist ein kleineres Lager. Das könnten wir sogar auseinandernehmen. Mit Core. Das sollten wir auch, das ist nämlich direkt über unseren Wohnenkrieger zu mir. Das ist natürlich nicht so toll. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Wohnenkrieger zu mir. Okay, mal sehen, ob ich dafür sorgen kann, dass ein paar umdrehen. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Also welches Score habe ich jetzt abgeschüttelt, so? Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. So, zwei sollte ich hinkriegen. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Nein, es kommen wieder drei. Das ist nicht so gut. Vorsicht, Gegner! Das ist noch weniger gut. Könnt ihr mal umdrehen? Mann, da kannst du dich mal schneller regenerieren. Wohnenkrieger zu mir. Na, musst du mich jetzt noch einfrieren? Wir werden angegriffen. Das kann ich nichts weiter tun als wegrennen. Und hoffen, dass ich nicht eingefroren werde. Wohnenkrieger zu mir. Warum sind die so hartnäckig? Ernsthaft? Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Ich kapier's gerade echt nicht, warum die so hartnäckig sind. Wir werden angegriffen. Ich würde den zuerst dann halten, Männer! Wohnenkrieger zu mir! Wohnenkrieger zu mir! Wohnenkrieger zu mir! Der steckt nämlich nicht ganz so viel ein wie der Laucher. Vorsicht, Gegner! Gott sei Dank, das war's. Den einen sollten wir doch schaffen. Ohnenkrieger zu mir! Das wiederum hatte ich nicht so schlimm in Erinnerung. Mit was können wir nochmal als elf alles äh... Mit der Jäger gilt, äh... Warte, Bärensammler. So, jetzt ist wirklich nur noch Gror hier oben. Den kriegen wir auch noch tot. Wie gesagt, das Lager da unten, das brauchen wir jetzt nicht so unbedingt angreifen. Das reicht, wenn wir schnell ein paar Bogenschützinnen rausstampfen. Das sind normale Bogenschützinnen, die mir gegen die Frostwölfe helfen. So zehn Stück. Und dann mit einer großen Neues Produktion anfangen. Stand halten, Männer! Brunenkrieger zu mir! So. Stand halten, Männer! Linien müssen halten! Die Linien müssen halten! Rodelnkrieger zu mir! Der hält schon etwas mehr aus. Vorsicht, Gegner! Dann halten, Männer! Dann halten, Männer! Droppt auch verdammt viele Sachen, okay. Fahrungspunkte ein paar halten. Sieben-Töter-Armbrust-Winterwacht. Boah, so des Meister-Weitläufers, ha? Ja, und damit haben wir den ersten, also Gordon-Schlechter, getötet. Und dann machen wir noch sein Lager kaputt. Weil von hier oben direkt belagert werden, das möchte ich nicht unbedingt. Deswegen mache ich das Lager einfach kaputt. Bevor mich die Wölfe anpissen. Und ich glaube, die Wölfe werden mich anpissen. Genauso wie ich eben gucken muss, dass ich die Truppen der Roten Legion außerhalb des Abgrunds loswerde. Also außerhalb von hier. Ja, weil mein erstes Ziel ist, ist dann mich erst einmal gegen die Gegner abzusichern. Also vor allem den Stund-Eingang zum Stund zu verbarrikadieren mit Türmen und Eiswerfern. Traugerband... Weltenring und Gardenhelm. Weltenring? Äh, nee. Nett. Ausdauer... Stärke, Ausdauer, Wettigkeit, Geschicklichkeit. Ja gut, dann nehmen wir das Glutband mal weg und nehmen den dafür. Gut, das Lager ist down. Ziehen wir weiter. Wie viele sind denn das? Zehn. Zehn Kerle, okay. Oh, aber die haben Beschwörer dabei, die nicht stark sind. Das wiederum macht das Ganze ein bisschen angenehmer dann. Die patrouillieren hier aber um den Abgrund herum. Und ich will immer Schlund sagen. Der Schlund war das Ding voller Dämonen in Order of Thorn. Aber ja, wenn wir elfen, müssen wir neben dem Bären... Okay, hier sind auch noch ein paar Bären. schon ein bisschen mehr finden. Hier oben ist eine vereinsamte Linierpflanze. Ach, hier oben wäre noch Linier, okay. Das heißt, ein Sammler hier, ein Sammler da oben, ein Bärensammler, eine Jägergilde. Met die Chore. Met die Chore. Met die Chore. Met die Chore. Wie gesagt, es braucht einen ausgefallenen Plan... Ah, ha, 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 wa. Ihr seid auch zehn, okay. Wenn nur die Hälfte von euch kommen würde, mit der könnte ich es aufnehmen, mit der Hälfte. Also, mit der Hälfte. Und zu Genau, das... Nein, das sind wieder so viele. Da sind wieder alle bis auf den ersten. Ja, so ist das gut. Die Linien müssen halten. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Stand halten, Männer! So, Stück für Stück dünnen wir die Patrouillen aus. Das ist das. Das war's für heute.